Hallo Leute, herzlich willkommen auf Stunno Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox. Und zwar spielen wir heute eine Roblox-Abi und ich würde sagen, wir legen hier auch mal direkt los, indem ich hier mal einen Stuhl hinschiebe. So und hier erstmal abhauen, so. Das Ganze ist natürlich in der Ego-Perspektive, das kann ich auch nicht ändern, leider. Nö, ich kann ja auch wirklich nichts drücken. Ja, egal. So, was soll ich jetzt hier machen? Schätz mal einfach mal rüber springen. So, wir müssen hier aus einer Schule ausbrechen und das tue ich gerade schon. So, in der Ego-Perspektive ist es natürlich nochmal ein bisschen anders. Dann müssen wir hier irgendwas drücken. Okay, so. Ist das ein Pfeil? Und warum? Nee, ich muss hier rüber. So, geschafft. Okay. Okay, okay, okay. Aufzug. Knopf. Achso, der geht von selber hoch. Zack. Jetzt muss ich, glaube ich, hier lang, oder? Wo muss ich jetzt lang? Ups. Gibt's hier im Job? Ah, nichts geiles. Okay, ich bin wieder da. So, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Durch die Tür? Ah, durch die Tür. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Nach da oben. Okay, kann ich die schieben? Nö. Kann ich das hier schieben? Das kann ich nehmen. Okay. So. Ich hab's geschafft. Ich bin der Ausbruch. Boss meine ich nicht bot. Ich sag einfach bot. Ähm, muss ich jetzt hier runter, oder was? Scheinbar schon. Oha. Das ist geil gemacht, wie man hier runterkommt. Das ist tatsächlich sehr geil. Muss ich hier raus? Nee, ich muss geradeaus. Okay. Wo muss ich hin? Denk mal hier runter. Okay, hier geht's weiter. Komm ich hier rein? Nö. Ich komm hier nirgends wo rein, oder? Alles klar. Das ist natürlich blö... Äh. Nein, geh weg! Wie hat er mich denn jetzt gesehen? Okay, ich brauche einen roten Schlüssel. Komm, 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 komm. Mit dem roten Schlüssel. Ah! Geh weg! Ich will hier raus! Mach auf, mach auf, mach auf! Ja, ich hab ihn abgehängt. Danke. Oh, Leute. Das ist ja mal... ...einer gewesen, Alter. So, ich muss mal kurz was machen, Leute. Wartet kurz. Okay, Leute. Ich bin wieder back. So, wir müssen anscheinend hier hoch. Ist das eine Leithau oder was? Wir sind auf jeden Fall jetzt in so einer Turnhalle. Wie man sieht. Ähm. Genau wie man sieht. Hä? So. So, ich hab ein bisschen Husten. Ich hoffe, das stört nicht. Aber sonst würde keine Videos kommen. Ach, ich muss hier hoch. Ich will gerade schon wieder weiterlaufen. Okay. Oha, eine Seilbahn. Hui. Ah, ich bin zu früh abgesprungen. Nein. Was ist das denn hier für ein Knopf? Ah, dann kommt einfach ein Neuer. Okay. Ich verstehe. Ach, man wird... Mann, hält automatisch an. Hätte ich ja gar nicht drücken müssen. Okay. Okay. So, weiter geht's. Ah, ich find's schon geil, was sie hier gemacht hat. Also, das spielen wir nicht. Schießen sie ein Tor, um zu öffnen. Ach, du musst da reinwerfen. Ach, du musst da rein. Ach, du musst da rein. Bram. Äh, aber wie kann er mich denn jetzt schon wieder sehen? Quitteria. Ah! Mann. Warum kommt der denn jetzt da durch? Okay, ich muss mal kurz den Überblick erschaffen. Wo soll ich denn hier hin, Alter? Was soll ich hier in dem Klo machen, hä? Hä? Auch da bist du. Ja, da komm ich nicht rein. Ich muss zum Klo gehen irgendwie. Ah, ich muss hier hoch. Komm. Hallo. Okay, ich hab's geschafft. Okay, so. Ich muss jetzt hier nach unten. Äh, äh, ich bin schon unten. Ach so. Ähm. Ja, es bleibt jetzt oben. Ich dachte, das geht jetzt wieder runter. Ach, du heilige, hier sind ja überall Laser. Erinnert mich gerade an den YouTube-Laser, Luca. Wegen den Lasern. Bam. Hallo. Lass mich hier hoch jetzt. Das sind Labyrinthen. Wo, wo muss ich denn jetzt schon wieder hier hin? Na, da nicht hin. Hier links. Okay, okay, okay. Dann haben wir hier runter. Ach, nee. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite, oder was? Aha. Interessant, dass die Schule auch... Wow. Das ist anders, dass die Schule auch so aussieht. Warte mal, wie soll ich darüber... Ah, hiermit. Okay. Ich bin nicht gesprungen. Ich, du die. Okay. Oh. Hopp. 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 Okay. Ah, schon wieder verkackt. Okay, die gelben Markierungen sollen, glaube ich, sagen, dass ich springen soll. Okay. Ähm, nein. Muss ich jetzt wieder von vorne? Ich muss wieder von vorne. Geil. Nochmal, Leute. Wir schaffen das schon. Also ich. So. Okay, jetzt aber. Warte mal. Wo muss ich hin? Ach, hier. Okay. Okay, Haupthalle. Yo, er ist mit Rasenmäher hier. Warum muss ich denn jetzt ein Rennen fahren? Hä? Okay. Ein Ding ist irgendwie voll langsam. Erster. Jaja, ich bin erster, geil. Boah, ich hab das fast nicht genommen. Na, raus hier! Ah, wir müssen hier hochklettern. Nicht runter, sondern hochklettern. Okay, so, jetzt hier drauf. So. Oh, fast runtergefallen wieder. Das ist aber auch ein bisschen fies hier tatsächlich. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord selber vorbei. Der ist auch in einem Video schon verlinkt. Aktivitäten, wenn ihr keinem mehr verpasst habt. Haut rein, Leute. Euer Istanbul. Ciao. 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 Vielen Dank.